Schönen guten Tag, mein Name ist Klaus Rottmeier, Geschäftsführer der ICB Deutschland GmbH. Wir sind Anbieter von Industrie-PC-Komponentensystemen, darunter auch Embedded-Systeme, Embedded-Boards und unser neuestes Board ist das Kino QM67 mit dem aktuellen Chipsatz QM67, der die neuesten Prozessoren der Intel unterstützt, i7, i5, i3. Die Besonderheit an diesem Board sind unter anderem die sehr gute integrierte Grafik und herausgeführt über Dual HDMI. Für weitere stärkere Grafikapplikationen wäre ein PCI-Express 16-fach Steckplatz zur Verfügung, um hier individuell noch stärkere Grafik zu adaptieren. Wir haben on-board 6 SATA, davon auch 6 Gigabit SATA-Schnittstellen mit RAID-Funktion bereits integriert, weitere 6 USB-Schnittstellen on-board, somit kann man hier von wirklichem sehr gut ausgestatteten Board für diverse Anwendungen, vor allem im High-Performance-Bereich sprechen. Wir haben ein Trusted-Plattform-Module-Steckplatz für Security-Applikationen. Wir haben natürlich alle gängigen Schnittstellen, seriell, USB, Dual, Gigabit LAN. Und wir haben ganz besonders, was eben in Chipsatz auch mit integriert ist, eine sehr gute Encoding-Decoding-Funktion für Video-Applikationen. Daher auch nicht nur der QM67-Chipsatz auf dem Mini-ITX-Board bei uns verfügbar, sondern auch auf anderen Formaten wie Micro-ATX oder ATX-Formaten für diverse Applikationen.